So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge ETS 2 Multiplayer mit Max und Thomas. Hallo. Wir stehen hier an der Tanke und fahren weiter Richtung... Litauen. Oder Lettland? Oder beides? Litauen, Lettland. Alles. Was geht? Das alles. Und noch viel mehr. Könnt ihr gucken. Yeah. Wir haben letzte Folge schon wieder fast 600 Kilometer geschafft. Ja, weil ich auch vor dir fahr und vor Kurven Abbremse nicht so wie du. Du kannst mich mal. Bremse genauso. Woran würdest du liegen, oder? Nein. Wo bremst du denn? Bremse und wenn du schaltest bloß und wie du das? Hä? Ne, ich tricke ja... Die Bremse ganz normal und die Kupplung so, als würde ich noch schalten. Ich mach ja alles. Oh, guck mal, der war das. Ja, das macht auch nicht jeder. Nee. Ich werde euch getrunken. Nichts hier auch immer durch. Einen. Ja, das ist meiner. Nein, noch anderen. In Brünn. Ich kenne nur 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 Brünn. א怎麼 Lam? Irgendwie sind da die Blinker hinten komplett dunkel. Keine Ahnung worum es liegt aber sieht man irgendwie voll schlecht. Voll komisch. Was war das denn? Du kannst Fragen stellen. Ok. Ja Antworten kann man auch stellen. Entschuldigung dass ich nicht geantwortet habe. Passt doch. Was ist denn jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Auf. Was hast du denn gemacht? Irgendwie bin ich falsch irgendwo drauf gekommen. Das war mein Problem. Bis herum Proton. Sorry. Na noch fahr ich hier. So jetzt kannst du. Ich hab ne Motor Fehlfunktion. Bei 10% Schaden. Du willst mich verarschen. Das liegt nicht an mir. Doch. Nein. Doch. Das ist ja nicht gegen mich gegen gefahren. Das liegt an Nepo. Ja. Ja. Nepo ist schuld. Ja Nepo ist immer schuld. Los. Ja. 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 Wieso scheiß abfahrten. Vielen Dank. Also wenn wir das mit den 500 oder 600 Kilometern pro Folge durchziehen oder durchhalten können, dann schaffen wir dann noch zwei Folgen und dann sind wir fertig. So wie letztes Mal, dass wir eigentlich nur noch eine machen wollen und dann doch zwei draus werden. Weil es doch ein paar Kilometer zu viel waren. Oh, jetzt muss ich ganz allein gerade. Okay. 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 Der Max hat von uns die höchste Zahl, der Wahnsinn. Und ich hab die niedrigste, Sauerroll. Und ich hab die niedrigste, Sauerroll. Und ich hab die niedrigste, Sauerroll. Das ist ein Räumwitz. In Katowitz. Also ich muss runter. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Schau mal die nächste Runde. Das ist bestimmt wieder nur wegen 10 Metern oder so. Das hat man beim letzten Mal auch. Da hatte Thomas ne Strecke, die war 50 Kilometer länger als meine. Und unsere Ziele lagen voneinander auf der Straße. Also. Also. Hast du jetzt so viel ausgemacht? Ach wo? Äh. Alter. Und da liegt er. Ja lol. Als ob die Hitbox im LKW so groß war, dass es gegen die Laterane kam. Weißt du? Und du bist ja nicht mehr gegen die Laterane, so war das auch gar kein Witz. Das sag ich, als ob die Hitbox so groß war. Ja. Der war so, weißt du, dann kippt er. Bist du nicht durch den Graben gefahren? Nein. Nicht? Wie sind das? Ja, ich hab nur nur Schicks da stehen sehen. Äh. Ich bin in... Aber wir sind doch da diese eine Abfahrt runter und dann... Wir müssen die 1 hoch, ne? Ich glaub schon. Ey, guck mal auf den... Ja. Soll ich nicht unbedingt dazu? Ja, mach mal. Ja, weil da komm ich nämlich auch bei der nächsten Kreuzung... Bei Stucke ist kommst du raus, ne? Bei Stucke ist da, da warten wir noch. Genau. Das war ja wohl gerade ein schlechter Witz, alter. Naja. Ja, Richtung Lutz, Lutz, Lutz. Hm. Du möchtest xxxx Lutz? Ja, stamm was ohne umkippen? Nein. Ich schon. Hast du nix dazu, wenn die... Ja, wie die Laterne, so dem ich da steht. Oder die Hitbox so komisch ist, dann... Ja, kommst du schon wieder. Schaustes vor dem? Nein. Hallo. Na, fahr Domi. Hm. Ich hab schon Gas. Ist das eigentlich Absicht, dass dein LKW und dein Trailer komplett orange sind, oder ist das wieder eine fehlende Textur? Ne, das ist wirklich so. Hm. Oh. Kenn ich nicht, gibts nicht. Bei mir. Was? Nein. Wait, was ist jetzt los? Weiß ich nicht. Was ist denn los? Was? Dafür kannst du bei uns in Kotzen, Sorgen und Elend wohnen. Jo. Ist auch was, ne? Kann man machen. So. Egal. Du hast mich gar nicht, hab mich verlesen bei Facebook, oder? Ne. Okay. ETS2 wird, äh... Wird nie wieder. Insoliert. Ja. ETS2 wird jetzt kostenlos, nein. Klar. Aber nur eine Stadt. Weiß schon zuerst, go. Aber nur eine Stadt. Wenn du mehr willst, musst du teilen. Ja. Ein Ort, ja. Aber die letzte CSGO-Rundi war geil. Mit dem 14-jährigen Spaß, die da oder 12-jährigen kam, der war. Alter, der Idiot, ey. Weißt du, der war so in der Schiene drin, deine Mutter. Alles hat bloß auf deine Mutter geendet. Das war so geil. Und ich hab mich halt ein bisschen mit ihm unterhalten. Ja, meine Mutter ist das, meine Mutter ist das. Ja, dann der Mutter, keine Ahnung, genau so Zeug. Irgendwann hab ich versucht dann, wenn ich irgendeinen Witz gemacht hab, ihn auch so entzulassen, beziehungsweise ihm Vorlagen zu geben. Dann hatten wir noch einen anderen Dritten im Team, beziehungsweise im Gegnerteam, der den dann irgendwann auch immer niedergemacht. Ja, da hast du richtig gemerkt, wenn der Kleine dann im Internet irgendwo Witze rausgesucht hat und deine Mutter Witze und dann musst du die erst mal ablesen. Mh, hast du richtig gemerkt. Und, und, und das Lustige war auch immer, immer wenn er nach reden muss, ist er auch stehen geblieben. Ja. Dann haben wir ihn immer abgeknallt. So. Hab ich gesagt, Junge, machst du den Maul nicht auf, du kannst dich mal gleich zu den Klabern und schießen. Alter, lass mich auf die Leertaste gekommen, Mann. Ist das denn falsch, ja? Don't hit the brakes. Mhm. Dann erheicht, Alter. Schaffen wir's ohne Bremsen? Nein. Klar. Also ich nicht. Ich auch nicht. Alter. Ja, wenn ich jetzt in die Eisenhämmer, ja? Dann ist Platz. Dann ist Platz. Ja. Dann kann ich wieder rüberziehen. Ja. Weil du ja vorbeigefahren hast. Mhm. Ja, ich hab rollen lassen. Weil wir vorher wieder bremsen sind, dann wieder beschleunigen muss. Ich musste bremsen, sonst wär's nichts geworden. Ja, du hast doch auch nicht rollen gelassen, oder? Du hast doch weiter Gas gegeben. Nein, ich hab gerollt. Was? Alter. Und da bist du so schnell hergekommen? Aha. Läuft bei dir. Okay. Ich reporte dich bei Rockstar. Okay. Bei Rockstar? Okay. Ja. Freut mich. Also eigentlich schiebt der Trailer ja mehr, wenn er schwerer ist und nicht, wenn er leichter ist. Ich weiß. Und wir haben schon wieder unser Pensum was geschafft. Schauen wir mal 700 Kilometer in einer Folge? Äh, nö. Äh. So und sing so. Weil ich hab jetzt noch genau 1080. Ha! Meine Grafikkarte. Ich hab noch Warte. Warte. Gleich hab ich genau 1000. Krass. Machen Screenshot. Nein. Warum? Warum? Ich muss auf Insta posten. Ja. Pfff. Jetzt sind's noch 1000 Kilometer. 1072. 684. Ich hätt gar nicht mal ein Gliederzug, ey. Warum? Kofferaufbau, Alter. Ganz einfach nur mit Kofferaufbau. Ja. Wir haben mal ne schöne Abwechslung. Ich tanke noch. Hm. Tu dat. 1,18 besser als 2. Wo ich gedanken hab. Das hat 1,30 gekostet. Tja. Und ob wir jetzt ein Max-Heinz in der nächsten Folge schaffen? Ne. Sicher? Seht ihr in der übernächsten Folge. Ja, seht ihr in der übernächsten Folge. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.